Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry Primal. Wir machen uns auf zur Schneeblut-Bolt-Jagd. Ich habe uns schon mal nach hier unten eine kleine Ecke teleportiert, aber wir werden definitiv verdammt viel Hatholz noch brauchen. Weil wir haben viel, viel zu wenig. Abseite legt sie jetzt nicht mit uns an. Da ist ein Nasshorn. Alter, ist die Verarschen. Achso, ich hatte ja die seltenen Sachen, ne? Alter, warum greifen die mich eigentlich an? Oh! Die Mammut sollen verfolgen Übertreibt es mal Ich weiß Beste Meisterjagd will ich ja machen Ich bin gegnt Ich will die Mammut Ich bin hier 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 Alter, da hat der Mann Wolf zugesetzt. Die hat es auch nicht interessiert, dass ich ein Ding hatte. Die hat es auch nicht interessiert. 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 Shit, ich habe F gedrückt. So viele Wölfe hier, ey. Ich habe es auch nicht interessiert. 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 Ich hoffe, ich habe es auch nicht interessiert. 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 Und ich habe es auch nicht interessiert. Es gibt also drei Stück oder was? Wow. So, Fähigkeiten, Handwerk. Hallo. Ich bin durch die Wand geglitscht. Ha, wieder rausgeglitscht. Ich bin durch die Wand. Ich bin durch die Wand. Ja, Mann, Alter. Ich bin durch die Wand. 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 jetzt auf einmal will er doch schwimmen leck mich man ich werde den wolf zu kämpfen nein denn wir kämpfen uns da gegenseitig waren jetzt willst du mich eigentlich verarschen mit dem spannen super maß night was a social and she's on Oh, das war's. Klappe. weiter sind das nur weg ist echt hier um die ecke holen wir uns erst den außenkosten hier uns notfalls schön raus teleporten können gescheiten teleportation safe point haben 14 von 16 ausbaust leuchtwein meine ich so Die Bevölkerung erhöht. Dann muss ich da wieder zurück. Achso, ne, das war ja das. Heilen. Dann will ich jetzt aufsetzen. So. Okay. in der höhle aber da drinnen sich von wolf zu verstecken das recht ja Okay. Jawohl. Zähmen. Alter, wie viele Wölfe, man. Da ist mein, guck mal, da ist mein neuer Schneeblutwolf. Also hier kann man jetzt schon ein paar Wölfe häuten. Wir müssen aber noch das Lager einnehmen. Auch wenn es eine kleine längere Folge da durch wird. Okay. So. Damit gerade nicht angegriffen werden. Da müssen wir hin. Weiß ich, ob es von da aus schneller ist. Ja, von da aus. Selbst wo wir hier stehen, da ist eigentlich egal. Zieht im Kampf gegnerische Angriff auf sich. Das lohnt sich, wenn man im Dorf gegen so fette Fächer kämpfen müssen. Kommt zu mir. Oh, ist etwas schneller. Oh shit. Oh shit. Schönen Schritte. Schnell hin. Schönen Schritte. Schönen P hoor. Okay. Okay. Ich würde schon sagen, Alter, so nah war das noch nie im Leben. Müssen wir halt schnell einen nehmen. Aber das sollte uns ja nicht mal ein Problem stellen. Wenn wir schnell hinkommen, dann sollten wir es auch schnell erobern können. Was ist denn weg? Was ist denn weg? Okay. 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 Das ist ein ganzes Wettbewerb. Was ist denn der letzte Kegner, Mann? Wo ist der hin? Wo ist der letzte Gegner hin, Mann? Oh Mann, so, oh, den letzten Außenpost haben wir auch noch erobert, das ist doch schon mal gut, auch Expansion, ja, das schreibt mir genau auf, bloß alle Dörfer erobert, und das war's von dieser Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann, haut rein!